Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video mache ich mich mal auf die Suche nach der besten Navigation fürs Fahrrad. Dazu vergleiche ich Komoot auf dem Smartphone, einen GPS-Radcomputer von Garmin und die Bosch Flow-App auf dem Kiox 500. Viel Spaß damit! Welche Navigationssysteme fürs Fahrrad gibt es? Wie unterscheiden sich die Systeme und welches System führt mich am besten und komfortabelsten zum Ziel? Genau darum soll es mal in diesem Video gehen. Und ich stelle dir diese Frage anhand von drei unterschiedlichen Geräten vor. Da wäre zum einen mal das Smartphone. Da habe ich mich für die App Komoot entschieden. Hier ist natürlich die Bandbreite am größten. Zum einen gibt es da unterschiedlichste Telefone in ganz großen Preisunterschieden. Also von einem ganz billigen 100 Euro China-Kracher bis zum über 1500 Euro teuren Apple iPhone. Und dazu gibt es noch jede Menge verschiedene Apps. Also ich werde hier hauptsächlich mal auf die am weitesten verbreitete Komoot-App schauen. Aber es gibt auch immer wieder Hinweise auf andere Apps. Als Alternative habe ich noch hier mal als Vertreter der klassischen GPS-Geräte einen Garmin Edge 1050 rausgesucht. Und für das E-Bike, da gibt es ja, wenn du mit dem Bosch Smart System unterwegs bist, diese Navigation über die Flow-App, die dann auf dem Kiox-Display angezeigt werden kann. Auf die Flow-App-Navigation im Smartphone-Grip möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, weil da finde ich, die ist zu nah hier am klassischen Smartphone mit Komoot. Also insofern sind die Punkte, die ich zu Smartphone plus Komoot sage, auch für Smartphone-Navigation mit der Flow-App gültig. Starten möchte ich mal mit den harten Fakten. Und da lege ich los mit der Befestigung und Positionierung. Also beim Kiox 500, da wird das vermutlich schon dein Fahrradhersteller übernommen haben. Das Display sitzt normalerweise irgendwo, Lenker-Vorbau ist gut sichtbar und da auch schön integriert. Beim Garmin Edge oder auch allen anderen Radcomputern hast du den Vorteil, das ein Befestigungsmaterial schon mal dabei liegt. Du musst dann schauen, wie kannst du es optimal positionieren. Diese Gummiband-Halterungen sind natürlich sehr schnell und einfach zu machen. Allerdings vielleicht nicht die stabilste und schönste Variante. Aber da gibt es auch im Zubehörmarkt ganz viele weitere Halterungen. Beim Smartphone ist es so eine Sache, denn der Hersteller von dem Telefon, der hat sich natürlich keine Gedanken gemacht, wie dieses Telefon bei dir am Fahrrad montiert werden kann. Da gibt es unterschiedlichste Halterungen, die an verschiedenen Stellen am Rad montiert werden können. Also mein Favorit sind da diese Hüllen-Halterungssysteme von Quadlock, von SP-Connect. Aber es gibt auch sehr gute, einfache und günstige Klemm-Halterungen oder Gummiband-Halterungen. Also da ist das Angebot riesig und ein Vergleich und ein Blick auf meinen Artikel auf dem Blog mit unterschiedlichen Halterungen, der lohnt sich da auf jeden Fall. Zwischenfazit, Befestigung. Hier sehe ich den Bosch Kiox ganz vorne, denn dein Fahrradhersteller hat das Display schon optimal montiert. Bei dem GPS-Radcomputer, da liegt immer Befestigungsmaterial bei. Ansonsten gibt es da noch jede Menge Alternativen im Zubehörprogramm. Und beim Smartphone, da musst du dir Gedanken machen. Es gibt allerdings für quasi jedes Telefon hier eine akzeptable Lösung. Wie können sich die einzelnen Systeme während der Fahrt bemerkbar machen, wenn eine Abzweigung ansteht? Nun, beim Smartphone, da ist ein Lautsprecher eingebaut und die meisten Apps, die unterstützen auch Sprachansagen. Jetzt links abbiegen. Insofern hast du da, wenn du das möchtest, den maximalen Komfort. Bei den GPS-Radcomputern hat der Edge 1050 jetzt als einer der Ersten wirklich einen Lautsprecher eingebaut. Kann auch ab Werk Sprachausgabe machen. Gipfel voraus. Allerdings, die ganzen anderen GPS-Radcomputer, die beschränken sich auf Piepstöne, um auf Abbiegungen oder andere Sachen hinzuweisen. Und beim Kiox 500, da ist ein kleiner Piepser eingebaut. Beim Kiox 300 Display fehlt der noch. Du kannst allerdings auch über die Flow-App eine Sprachansage aktivieren. Die wird dann über den Lautsprecher von deinem Telefon ausgegeben. Rechts abbiegen auf Kröberstraße. Zwischenfazit beim Thema Tonausgabe. Ich würde sagen, das Smartphone liegt hier mit seinem Lautsprecher vorne. Normalerweise sind die auch laut genug. Während die Piepser bei den GPS-Geräten, die sind in letzter Zeit auch richtig gut von der Lautstärke. Also da hörst du auf jeden Fall den Signalton. Vielleicht fehlt da ein bisschen der Komfort der Sprachausgabe. Und der Bosch piepst schon laut genug. Sprachansage übers Handy ist halt ein bisschen aufwendiger. Neben der Befestigung am Fahrrad ist die Ablesbarkeit der Fahrradnavigation einer, wenn nicht sogar der entscheidende Punkt bei der Navigation am Fahrrad. Bei dem Bosch Kiox Display ist es sehr gut. Du kannst die Hintergrundbeleuchtung bzw. überhaupt die Helligkeit vom Display automatisch regulieren lassen. Und die ist wirklich immer sehr gut. Auch Spiegelungen spielen da keine große Rolle. Also insgesamt Kiox 500 sehr gut ablesbar. Bei den GPS-Radcomputern gibt es sehr große Unterschiede. Also klassischerweise werden hier sogenannte MIP-Displays eingesetzt. Dies sind durch die transflektive Technik in der Sonne beim richtigen Einstrahlwinkel sehr gut ablesbar. Können allerdings im Schatten dann Probleme machen. Und insofern brauchen die dann noch eine Hintergrundbeleuchtung. Dies sollte wegen Stromsparen auch sparsam eingesetzt werden. Insofern gibt es da bei diesen Beleuchtungen und Displaygeschichten sehr große Unterschiede. Den Edge 1050, den ich hier habe, der setzt auf einen LCD-Bildschirm. Da habe ich in der Praxis festgestellt, dass der eigentlich sehr gut ablesbar ist. Wenn dir das Video bis hierhin geholfen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, drück unten auf den Abo-Button. Vergiss die Glocke nicht, dann verpasst du kein zukünftiges Video. Die größten Unterschiede, die gibt es beim Smartphone. Weil da kann man eigentlich sehr schlecht hier so pauschal was dazu sagen. Es gibt sehr billige Telefone, die kaum Helligkeit zusammenbringen. Und die sind dann bei sonnigem Wetter kaum zu lesen. Und mittlerweile haben wir allerdings das Glück, dass diese hellen Bildschirme auch in den Mittelklasse- bis Einstiegerbereich reinkommen. Also ich habe ja hier das Note 13. Dessen Display liefert eine maximale Helligkeit von 1800 Nits. Auf diesen Wert solltest du auch wirklich genau schauen, wenn du ein Telefon für die Fahrradnavigation dir aussuchst. Unter 1500 Nits würde ich dir nicht empfehlen. Beim Thema Stromversorgung hat das Kiox 500 Display am einfachsten. Das hängt direkt am großen E-Bike-Fahr-Akku dran. Das bedeutet, solange du Strom zum Fahren hast, hast du auch ein optimal beleuchtetes Display. Kompliziert wird es beim Smartphone. Denn hier reicht durch die permanent eingeschaltete Beleuchtung von diesem Display so ein Akku manchmal nur 3 bis 6 Stunden. Es gibt auch mittlerweile Modelle, die da deutlich besser sind. Aber hier empfiehlt es sich schon noch irgendwie das Thema Ersatzstromversorgung zu bedenken. Also da kannst du ganz einfach, unkompliziert und günstig eine Powerbank mitnehmen. Oder du hängst es über eine Ladeelektronik an deinen E-Bike-Akku dran. Oder du kannst auch beim klassischen Bio-Bike Strom aus dem Nabendynamo mit einer Ladeelektronik nutzbar machen. Absoluter Spitzenreiter beim Thema Akkulaufzeit ist die GPS-Navigation. Der Edge 1050 hier hat etwa 24 Stunden Dauernutzungsmöglichkeit. Da gibt es auch noch Geräte mit Solar etwa oder von Coros der Dura, die da deutlich drüber liegen. Und selbst die in Anführungszeichen schlechtesten Geräte, die haben immer noch eine Akkulaufzeit von etwa 10, 12, 14 Stunden. Grundlage einer schönen Fahrradtour ist eine geplante Strecke. Und da schaue ich mir jetzt mal die Routenplanungsmöglichkeiten der drei Kandidaten an. Beim Bosch-System mit dem Kiox, da läuft die Routenplanung komplett auf dem Smartphone in der Flow-App. Also hier schon mal erster Nachteil. Es gibt keine Möglichkeit, auf dem großen Computermonitor zu Hause zu planen. Und unterwegs, da stehen dir maximal neun Zwischenziele zur Verfügung. Auch die Bedienung ist nicht so wirklich intuitiv. Insbesondere, wenn es darum geht, bestehende Wegpunkte nochmal zu verschieben. Und auch die Karten enthalten wenige Zusatzinformationen, die dich bei deiner Routenplanung unterstützen. Insofern rate ich dir hier, plane mit Komoot am besten am großen Computermonitor. Und dann kannst du das Bosch-System mit Komoot verbinden und unterwegs auf geplanten Komoot-Strecken fahren. Das führt mich gleich zur Planung innerhalb von Komoot. Da hast du sowohl die Möglichkeit, auf dem Smartphone zu planen, als auch zu Hause am großen Computermonitor. Du kannst hier verschiedene Sportarten wählen und dann einzelne Zwischenpunkte setzen. Wenn die noch nicht ganz optimal sind oder dir der Streckenverlauf noch nicht gefällt, dann kannst du die auch sehr einfach verschieben. Du bekommst auf der Karte noch Zusatzinformationen, beispielsweise über diese Highlights und hast so ganz viele Möglichkeiten, die für dich perfekte Strecke zu planen. Die so auf dem heimischen Rechner geplante Tour liegt dann auch direkt in der Smartphone-App zur Navigation bereit. Auf dem Garmin GPS-Radcomputer stehen dir viele Möglichkeiten der Planung offen. Das geht los bei einer Planung direkt auf dem Gerät. Beim 1050 war die Abwerk drauf. Für die X40-Geräte kam die dann später hinzu. Wirklich überzeugen kann sie mich auf dem kleinen Display nicht. Auch die Planung innerhalb der Garmin Connect-App oder auf dem Garmin Connect-Portal im Computer ist möglich. Die Planung ist okay, allerdings nicht ganz so schön und so umfangreich wie bei Komoot. Und auch hier gibt es die direkte Schnittstelle zwischen Komoot und dem Garmin-System. Und so kannst du optimal auf Komoot planen und die Strecken dann auf dem Garmin nutzen. Das Ganze funktioniert übrigens auch für die meisten anderen GPS-Radcomputer. Nahezu alle Geräte haben heutzutage eine Komoot-Schnittstelle. Schnelles Zwischenfazit der Tourplanung. Bosch Flow-App für das Kiox-Display. Nichts Tolles beim Garmin-System auf dem Gerät. Gefällt mir auch nicht wirklich. Auf dem Computer oder auch auf dem Smartphone ist okay. Top-Planungsbedingungen hier auf dem Handy oder noch besser am großen Computer innerhalb vom Komoot-System. Moderne Connectivity, schön und gut, aber unterwegs auf der Radtour ist eine komplette Offline-Funktionalität, sprich ohne bestehende Internetverbindung immer noch extrem wichtig. Denn was magst du, wenn mal kein Internet beispielsweise auf einer Trans-Alp-Tour zur Verfügung steht? Insofern ist da ein Garmin Edge-Gerät optimal aufgestellt. Gilt genauso für eigentlich alle anderen GPS-Radcomputer. Das heißt, Routing-Daten sind auf dem Gerät, Karteninformationen sind auf dem Gerät. Du kannst Ziele direkt unterwegs eingeben, Strecken, die sich auf dem Gerät befinden, aufrufen, navigieren. Wenn du dich mal von der geplanten Strecke entfernst, dann gibt es ein Rerouting direkt auf dem Gerät. Bei der Navigation auf dem Smartphone gibt es ein differenziertes Bild. Bei der Komoot-App beispielsweise kannst du zwar Kartenmaterial offline aufs Gerät runterladen, allerdings gibt es keine Möglichkeit, eine Strecke ohne Internet zu berechnen. Also egal, ob du ein neues Ziel eingibst oder du unterwegs die geplante Strecke verlässt und ein Rerouting notwendig wird, in dem Moment braucht Komoot eine Internetverbindung. Aber es gibt für Smartphone auch andere Apps, die komplett offline funktionieren. Beispielsweise ist das Locus-Map. Dazu gibt es von mir auch schon ein ausführliches Vorstellungsvideo. Schau mal unten in die Beschreibung rein. Ohne jegliche Offline-Funktionalität kommt das Bosch-System daher. Das betrifft also die Flow-App auf dem Telefon und das Kiox-Display. Du kannst nicht mal Karten auf das Gerät runterladen. Also selbst die müssen unterwegs aus dem Internet nachgeladen werden. Und jegliche Streckenberechnung passiert auch im Internet auf den Bosch-Servern. Schnelles Zwischenfazit. Offline-Funktionalität beim Bosch-System überhaupt nicht vorhanden. Beim Smartphone kommt es auf die App an. Komoot bietet ein bisschen. Bei Locus-Map oder Osmand, da hast du auch unterwegs volle Offline-Funktionalität. Und beim Garmin und bei den anderen GPS-Radcomputern hast du alles dabei. Und insofern beste Voraussetzungen für Navigation abseits des Mobilfunks. Werfe ich mal einen Blick auf die Kosten. Da kommt natürlich beim Garmin-Edge-Gerät, genau wie bei allen anderen GPS-Radcomputern, erstmal die Anschaffungskosten. Im Bereich von 250 bis 700 Euro liegen die. Danach hast du allerdings keine laufenden Kosten mehr. Die günstigste Navigation bekommst du beim Bosch. Die Flow-App ist kostenlos. Du kannst da navigieren. Es gibt zwar jetzt auch eine erweiterte Navigation über das Flow-Plus-Abo, aber die bietet nicht genügend Mehrwert. Die Kosten für die Smartphone-Navigation, die beschränke ich jetzt mal auf Halterungssystem und App. Denn wir gehen mal davon aus, dass du das Telefon schon hast. So eine Halterung kostet irgendwo zwischen 20 und 80 Euro. Und bei der Komoot-App, da empfehle ich dir das Weltpaket. Kostet dich einmalig 30 Euro. Wenn man allerdings das Thema Tourplanung noch mit in das Gesamtsystem reinnimmt, dann kommt es eigentlich bei allen drei Systemen nochmal dazu. Denn in meinen Augen ist da die Planung auf Komoot absolut für. Für die eigentliche Navigation unterwegs nehme ich dich jetzt mal mit auf drei Probefahrten mit den drei unterschiedlichen Systemen. So schaut die Navigation auf dem Garmin Edge-Gerät aus. Eine Linie auf der Karte mit Abbiegepfeilen und Entfernungsangabe zum nächsten Manöver. Wenn du mal eine Abzweigung verpasst, berechne der Garmin intern eine Alternative in Fahrtrichtung zurück auf die Strecke. An der Stelle löse ich jetzt hier mal die Karte und dann kann man die verschieben, zoomen und sich zur Orientierung auf dieser Karte bewegen. Auf der Bosch Kiox Navigationsseite bekommst du die geplante Strecke als weiße Linie dargestellt. Die grauen Striche stellen Querstraßen dar. Verpasst du eine Abzweigung, berechne die Flow-App online eine Alternative zurück zur Strecke. Du kannst auf dem Kiox Display weder den Maßstab verändern noch die Anzeige verschieben. Dazu müsstest du das Telefon rausholen und dir in der Flow-App die Karte anschauen. Bei Komoot wirst du über eine deutliche Linie und Abbiegepfeile auf der Karte entlang der geplanten Tour geführt. Dazu gibt es Abbiegehinweise am oberen Bildschirmrand und Sprachansagen. Jetzt rechts abbiegen. Danach in 70 Meter links abbiegen auf Allee-Straße. Zoomen kannst du auf dem Handy auch sehr einfach mit Ein-Finger-Doppeltipp oder Zweifinger-Doppeltipp. Wenn du eine Abzweigung verpasst, berechnet Komoot online auf den Servern eine Alternativstrecke, Hier hat es so lange gedauert, dass ich schon an der Abzweigung vorbei war und erst die nächste Straße dann nehmen konnte. Die Karte Zoomen, Verschieben und Drehen geht intuitiv und extrem flüssig für eine Orientierung auf der Karte. Bevor ich zum Fazit und meinem Favoriten komme, nochmal ganz kurz zusammengefasst die Stärken und Schwächen der einzelnen Systeme. Bei Bosch gefällt mir sehr gut die Display-Ablesbarkeit, die Stromversorgung ist problemlos und die Befestigung ist auch einfach erledigt. Negativ sehe ich die Planung in der Flow-App, die fehlende Karte und auch keine Orientierungsmöglichkeiten darauf unterwegs und dass es überhaupt keine Offline-Funktionalität gibt. Beim Garmin Edge-Gerät gefällt mir die extrem lange Akkulaufzeit, die komplette Offline-Funktionalität und noch diese Trainingsfunktionen, die die anderen beiden Systeme in der Tiefe überhaupt nicht bieten. Als negative Punkte ist einmal der Preis zu nennen, dann ein relativ kleines, nicht ganz so optimal ablesbares Display und eine eigentlich nicht mehr zeitgemäße komplizierte Bedienung. Bei der Navigation auf dem Smartphone mit der Komoot-App gefällt mir zum einen die Planung sehr gut, dann ist es noch eine extrem einfache Bedienung und die Karte ist sehr schön und du kriegst da auch unterwegs eine sehr gute Orientierung. Was mir nicht so gefällt, ist die Akkulaufzeit von einem Handy. Über die Halterung muss man sich Gedanken machen und auch hier sind verstärkt Online-Funktionen unterwegs. Habe ich an der Stelle noch weitere für dich wichtige Punkte vergessen? Dann schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ansonsten tue ich mir mit dem Fazit extrem schwer. Dafür sind die Geräte zu unterschiedlich und es kommt extrem auf den Anwendungsfall an, also sportliche Radfahrer, Tourenradfahrer mit kurzen Strecken oder auch im Bereich E-Bike. Wo bist du da unterwegs? Insofern kann man festhalten, das klassische GPS-Gerät zum Beispiel von Garmin wird von zwei Seiten immer mehr in die Zange genommen. Auf der einen Seite die Smartphones extrem leistungsfähig sind sie schon immer gewesen. Große App-Auswahl kannst du da nutzen, also für verschiedene Touren und Anforderungen, unterschiedliche Apps und auch das Thema Display wird da jetzt immer besser. Es kommen auch günstige Telefone mit guter Akkulaufzeit und sehr gutem Display auf den Markt. Und auf der anderen Seite die ins E-Bike integrierten Systeme, zum Beispiel Bosch Flow App mit dem Kiox Display. Auch die bieten im Alltag sehr gute Routenführungen und Navigationsoptionen. Aber am Ende ist es natürlich immer deine persönliche Entscheidung und da würde mich mal interessieren, für was hast du dich entschieden oder bist du im Moment am Wechseln und überlegst, wohin könntest du wechseln? Da interessiert mich natürlich deine Meinung. Schreib die gerne unten in die Kommentare. Ansonsten habe ich dir an der Seite noch ganz viele weitere Navi-Videos fürs Fahrrad verlinkt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, euer Matthias.